Ja, hier aus der Kirche Nikolaus von Flühe ist eine katholische Kirche, bei mir ganz in der Nähe, an einer schönen alten offenen Pfeifenorgel. Ich habe mir das Stück ausgesucht für heute von Johann Sebastian Bach, Erbarm dich, mein oh herregott. Ist ein untypischer Bach, finde ich, aber ist ganz ruhig, ganz schön zu spielen, fast schon meditativ. Und wenn man an einer schönen Pfeifenorgel ist und in Ruhe spielen kann, ist es ein ganz, ganz schönes Stück zum Runterkommen. Geeignet vielleicht auch mal vor dem Gottesdienst, kann man es durchaus mal überlegen, zu spielen, für sich selber auch zur Ruhe zu finden, aber es ist auch ein schönes Abendstück. Ich finde, es ist unglaublich schön. Ob ich jetzt so schön insgesamt spielen kann, ist natürlich die Frage, aber es dürfte ja alles selber besser machen. Geht ja nur ein bisschen um die Inspiration. Es gibt in Onlineportalen unterschiedliche Varianten. Eine mit Solo, Stimme im Sopran, eine eigentlich auf eine Manual. Mir persönlich gefällt die auf eine Manual besser. Hört man in YouTube oder sonst irgendwo ganz, ganz selten. Mir gefällt die besser, aber das kann ja jeder dann für sich selber entscheiden. Viel Spaß beim Reinhören. SCH giving's mir einen Satz. Ein Satz. Gott, ich bin mein Satz. Ich bin Weltkreutz. Ich bin ein Satz. Es gibt einen Satz. Ein Satz. Amen. 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 Amen.